Und woran erkennt man, dass der Spargel fertig ist? Bei dem muss man dann eh probieren, weil es Stückchen sind. Und beim normalen Stangenspargel, wenn man den in der Mitte anpiekt mit der Gabel und hebt ihn hoch und fällt er leicht, dass er sich piekt, dann ist er auch fertig.